Trotz kleinerer Schwächen in der Vorhersehbarkeit einiger Plottelemente bietet der Film solide Unterhaltung und einen interessanten Einblick in die vielschichtigen Beziehungen seiner Charaktere sowie in die Kultur der Taubengemeinschaft. Der Film verdient Anerkennung für seine ambitionierte Herangehensweise und die Fähigkeit, relevante Themen aufzugreifen, ohne dabei den Fokus auf die kriminalistische Erzählung zu verlieren. Mit seiner Veröffentlichung in der ARD Mediathek und dem Ersten bietet der Flensburg Krimi Wechselspiele ein spannendes und nachdenklich stimmendes Erlebnis für Krimi-Fans und darüber hinaus. Stell sicher, dass du der Flensburg Krimi Wechselspiele nicht verpasst, verfügbar ab dem 22. Februar 2024.